Huch, ist Honda aufgewacht? Das hier ist der Acura ZDX, ein von den technischen Daten her beeindruckendes Fahrzeug, das in zwei Varianten erhältlich sein wird. Wir werfen in diesem Video einen ersten Blick auf das Fahrzeug sowie auf die technischen Daten des Acura ZDX A-Spec und dem Acura ZDX Type S. Damit hallo und herzlich willkommen auf Electric Drive, eurem YouTube-Kanal zum gleichnamigen Brandmagazin. Wir laden mit Maingau Autostrom. Weitere Informationen zu unserem Ladepartner findet ihr unter diesem Video in der Infobox verlinkt. Acura, die Premium-Marke des japanischen Automobilherstellers Honda, steht für hochwertige und leistungsstarke Fahrzeuge. Mit dem kürzlich vorgestellten ZDX macht Acura einen großen Schritt in Richtung Elektrifizierung und unterstreicht seine Ambition, eine 100% elektrifizierte Fahrzeugpalette anzubieten. Doch was steckt eigentlich hinter dem Namen ZDX? Während Acura nicht offiziell bestätigt hat, was die Buchstaben bedeuten, könnte Z für Zero Emissions, also Null Emissionen, stehen D für Design und X für Extraordinary, also außergewöhnlich. Der ist nämlich echt außergewöhnlich groß, bietet dafür auch viel Platz für die Batterie. Zu der kommen wir gleich noch. Der Acura ZDX misst 5,02 m in der Länge, ist 1,96 m breit, vermutlich ohne Außenspiegel und 1,64 m hoch. Der Radstand wird mit 3,09 m angegeben und die Anhänge lassen mit beachtlichen 1,5 Tonnen. Der Acura ZDX Aceback verfügt über eine Motoroption mit einem einzelnen Motor, der die Hinterachse antreibt, wobei auch eine Doppelmotoroption verfügbar sein wird. Der einzelne Motor bietet eine geschätzte Leistung von ca. 253 kW, während die EPA-Reichweitenschätzung bei 523 km für den Einzelmotor und 506 km für den Doppelmotor liegt. Die Batteriekapazität des Acura ZDX beträgt beeindruckende 102 kWh. Der Acura ZDX Type S ist immer mit der Kraft der zwei Elektroherzen ausgestattet, die eine beeindruckende Systemleistung von 372 kW auf die Räder bringen wird. Die EPA-Reichweitenschätzung für dieses Allradfahrzeug beträgt 463 km und dank einer Ladeleistung von bis zu 190 kW soll man nach einer Ladezeit von nur knapp 10 Minuten wieder 130 km fahren können, wenn man sparsam unterwegs ist. Das Design des ZDX entstand im Acura Design Studio in Los Angeles und zeigt die künftige Richtung der Marke. Der ZDX präsentiert sich mit einer breiten und flachen Silhouette, langem Radstand und auffälligen Linien. Im Inneren bietet der ZDX ein fahrerorientiertes Cockpit mit hochwertigen Materialien und modernster Technologie. Das Modell ist das erste von Acura, das mit Google-Integration ausgestattet ist und somit nahtlose Konnektivität während der Fahrt ermöglichen soll. Apps wie Google Assistant und Google Maps sind standardmäßig integriert und bieten ein vernetztes und personalisiertes Fahrerleben. Apple CarPlay und Android Auto sind natürlich mit an Bord. Das erste Acura-Modell mit Bang und Olufsen-Luxus-Audiosystem und 18 Lautsprechern soll den Insassen ein beeindruckendes Klangerlebnis bieten. Sicherheits- und Assistenzsysteme wie Acura Watch sind ebenfalls serienmäßig im ZDX enthalten. Mit dem neuen Acura Watch 360 Plus System bietet der ZDX Type S erstmals eine Hands-Free-Cruise-Technologie an, ein echtes freihändiges Fahren auf bis zu 400.000 Meilen kompatibler Straßen in den USA. Außerdem verfügt der ZDX Type S über das erste automatische Park-Assistenzsystem von Acura, das das Einparken erleichtern soll. Die Preise starten in den USA ab 60.000 US-Dollar für die Version, mit zwei Motoren sind mindestens 70.000 US-Dollar fällig. Alle ZDX-Modelle werden über einen neuen digitalen Verkaufskanal verkauft, der ein einfaches und intuitives Einkaufserlebnis von zu Hause oder im Acura-Händlerbetrieb ermöglichen soll. Was sagt ihr, hot or not? Schreibt es uns doch gerne in die Kommentare, lasst uns gerne gemeinsam diskutieren. Liebe Grüße aus der Electric Drive-Redaktion, euer Jens. Ciao!